Ich will nicht mehr, dass wir uns treffen. Was? Es liegt wirklich nicht an dir. Es liegt an Nintendo Kill. Du schießt mich ab? Für so ein Videospiel? Ja, aber das war eine verdammt schwere Entscheidung. Oh mein Gott. Nein, 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 Tess. Oh mein Gott. Tess. Nein. Ich hatte echt Gefühle. Die hatte ich auch, aber ich... Fick dich ins Knie. Ja, fick dich selbst mit deinem Riesenteil. Tess. Schieb ihn mir sonst wohin. Und Eingriff.